Und die Menschen, die wir heute würdigen, liefern ermutigende Beispiele, wie wir gemeinsam zu einer zukunftsfähigen und enkeltauglichen Gesellschaft werden können. Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Preis heute tatsächlich zum 19. Mal verleihen dürfen. Die meisten Unternehmen, Initiativen und Menschen, die wir in den vergangenen fast 20 Jahren auszeichnen durften, haben ihren Weg konsequent weiterverfolgt. Sie haben dazu beigetragen, dass das Thema Nachhaltigkeit heute gesellschaftlich wesentlich mehr Gewicht hat. Unsere Nominierten und Preisträger machen es uns vor, welche zukunftsfähigen Alternativen wir haben. Wir sind stolz darauf, sie Ihnen heute vorstellen zu dürfen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, familiengeführte Unternehmen auszuzeichnen. Denn sie spielen eine besondere Rolle in unserem Wirtschaftssystem und tragen in besonderer Weise Verantwortung. Die Möbelmacher GmbH fördert mit ihrer nachhaltigen Manufaktur regionale Kreisläufe. Das Unternehmen ist konsequent ökologisch und engagiert sich mit unzähligen sozialen und kulturellen Aktivitäten. Wir sind die Möbelmacher. Seit 1988 kümmern wir uns liebevoll um Ihre ganz persönliche Einrichtung. Mit Ihnen zusammen entwerfen wir Ihre Küche oder alle anderen Räume, die unser Team dann in Einzelanfertigung in unserer Werkstatt vollendet. Aus dem Massivholz der Herzbrucker Alp und anderen wohngesunden und ehrlichen Materialien. Vom Fußboden bis zur Beleuchtung, samt Polstermöbeln, Matratzen und Küchengeräten stehen wir für alles Gute zum Einrichten. Die Forstbetriebsgemeinschaft liefert die Laubbäume aus der Nachbarschaft, die wir auf unserem Gelände sorgfältig sägen und stapeln. Im Außenlager trocknen sie einige Jahre und bereiten sich auf den großen Auftritt als langlebige Küchen oder Möbel vor. Sie werden sie lieben, umziehen, vererben oder nach Jahrzehnten von uns aufmöbeln lassen. So verbinden wir nachhaltiges und regionales Wirtschaften mit Lebensqualität. Handgemacht in Untergrumbach. Vielen, vielen herzlichen Dank an das ganze Lamsbräu-Team vom ganzen VD-Team. Wir freuen uns riesig über den Preis. Und ebenfalls herzliche Glückwünsche an unsere Nominierten. Herbig Tanzer und seine Möbelmachern und dem Team von Loweco. Sie haben mit Ihren beiden herausragenden Unternehmen gezeigt, dass man völlig neue Wege gehen kann und dennoch oder gerade deswegen sehr erfolgreich ist. Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Nominierten und Preisträgern von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid wirklich großartig. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Preis zumindest ein bisschen von dem zurückgeben, was ihr Großartiges leistet. Und wir hoffen, ihr könnt so den Weg, den ihr in der Vergangenheit so konsequent gegangen seid, auch in Zukunft weiterführen.